Sie haben sich das Ja-Wort gegeben. Am vergangenen Donnerstag fanden sich in Jordanien zahlreiche International-Royals zusammen, um die Hochzeit von und König Abdullas ältestem Sohn zu feiern. Prinz Hussein und seine liebste Raiwa traten in der Hauptstadt Amman im Saran-Palast und besiegelten ihre Liebe. Nun teilt Königin Rania weitere Schnappschüsse von Hussein und Raiwas besonderem Tag. Auf Instagram postet die 52-Jährige einige der Trauung und der anschließenden Feierlichkeiten. Möge Gott euch beide segnen und euer Heim mit Liebe und Glück erfüllen, wünscht sie ihrem Sohn und seiner Frau. Neben Familienfotos der jordanischen Königsfamilie gibt es auch einige Detailaufnahmen von Raiwas glamourösem Braut-Look. Die Architektin strahlte in einem eleganten Hochzeitskleid mit langen Ärmeln und asymmetrischem Ausschnitt. Die gesamte Rückseite des Kleides zierten außerdem filigrane, aufgestickte Blumen. Unter den Gästen befanden sich auch europäische Royals, wie etwa 40 und 41. Auch die Frau des britischen Thronerben schmiss sich für das Event ganz besonders in Schale. Die 41-Jährige bezauberte in einem goldenen Glitzerkleid, einer blauen Scherpe und einer juwelenbesetzten Krone. Wie die von Deli-Mail zeigen, trug sie der verstorbenen Oma ihres Gatten, christliches Kreuz, 96. Tipps für Promiflash. Einfach i-Mail an.